Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit schönes Haar schön bleibt, muss man es auch richtig pflegen. Und dazu gibt es Beldam Coiffure, die komplette Pflegelinie für das Haar und für die Kopfhaut. Die Haarpflege mit Beldam Coiffure ist besonders mild, weil alle Produkte alkoholfrei sind. Dank den abgestimmten Wirkstoffen und dem hautfreundlichen pH-Werten bleiben die Kopfhaut und die Haare geschmeidig und sie werden nicht ausgelauget. Die Beldam Coiffure-Pflegelinie wird auch laufend den neuesten Modetrend angepasst und mit aktuellen Produkten ergänzt. So zum Beispiel mit Beldam Coiffure Schaumtönig, zum Verschönern und Pflegen von Ihrem Haar. Sie ist ganz problemlos und sicher anzuwenden. Einfach die Beldam Schaumtönig auf dem gewäschten und gut frottierten Haar gleichmässig verteilen und dann je nach gewünschter Farbintensität einwirken lassen. Und schon ist Ihr Haar ein wenig schöner, ein wenig frecher und modischer. Neben den Beldam Coiffure-Produkten finden Sie bei Coop aber auch bekannte Markenartikel wie Silkiens Shampoo und Pflegespülung. Es wirkt selbstregulierend dort, wo das Haar es braucht. Tour, der Pflegeschuh mit Doppelwirkung, gibt dem Haar Fülle und Schwung. Gloria, der Haarspray für normales und fettiges Haar, gibt ihrer Frisur natürlichen und elastischen Halt. Deuxel Shampoo und Pflegespülung in einem macht das Haar leichter frisierbar. Oder Belle Color, das Farbshampoo für eine duerhafte Tönung und die Verschönerung des Haars. Sie sehen, Coop bietet Ihnen alles für die Pflege des Haars. Und jetzt habe ich Ihnen noch weitere aktuelle Angebote. Falls Sie gerne lesen, dann finden Sie bei Coop ganz sicher die passende Wulle. Zwei besonders günstige Angebote aus dem grossen Coop-Sortiment sind Arcana Wulle Avignon und Fit. Avignon enthalten 20% feinstes Moer und eignet sich besonders gut für kuschelig weiche Sachen. Fit ist besonders strapazierfähig und darum ideal für Socken und Pullover. Und hier noch eine Neuheit bei Coop. Es ist die Multivitamin-Fruchtsaftmischung VitaFit aus 10 verschiedenen 100% naturreinen Fruchtsaftkonzentraten und Fruchtmarken. Das köstliche Getränk ist nicht nur ein herrlicher Trinkgenuss, es enthalten auch noch eine ganze Reihe wichtigen Vitamine. Und jetzt sind wir gespannt, was uns die Studienküche heute für einen Vorschlag verraten hat. Willkommen bei uns im Kochstudio. Brüsseler oder Schikorre, wie man auch sagt, ist nicht nur ein beliebter Salat, sondern ein schmackhaftes Gemüse. Für vier Personen haben wir sechs bis sieben Brüsseler in Streifchen geschnitten. Zwei Peperoni und drei Rüebeli in Würfel. Wir haben Speckwürfel glasig gedünstet und geben jetzt ein Zwiebeln dazu. Auch die Rüebeli und die Peperoni werden mitgedünstet. Das Letzte kommt der Brüsseler dazu. Wir löschen mit etwas Wasser ab und würzen mit Salz, Pfeffer und Muskeln aus. Dann zudeckt, während zehn Minuten bei kleinstem Feuer weiterköcherlen lassen. Und dann aber sofort servieren, damit der Brüsseler keine Flüssigkeit sieht. Zu diesem Brüsseler Gemüse nach Bauernart passen sehr gut Salzhertöpfel und Schweinswürstchen. Das Rezept, das wissen Sie, steht in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche einen guten. So, damit wären wir am Schluss vom heutigen Mittwochstudio. Wir danken Ihnen fürs Zusehen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie jetzt aber noch auf Coop-Aktionen. Es lohnt sich wie immer. Bis zum nächsten Zistag gibt es bei Coop Importeier aus Holland. Zwei Schachteln an sechs Stück, statt 3,20 für nur 2,70. Arnischokolade, jede Tafel an 100 Gramm ist jetzt 30 Gramm günstiger. Midikonfitüre, jedes Glas an 450 Gramm ist jetzt 50 Gramm günstiger. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Liter Coop Impereisirup, statt 3,50, jetzt nur 2,90. Zwei Flaschen Coop Sonnenblumenöl, statt 9, jetzt nur 8 Franken. Er isch bei Orchideen, Minizymbidien mit Grün, für nur 4,90. Auf Wiedersehen.